Dunkel Axt aus Dunkelstahl. Das ist auch wieder Ende Aioke. Das heilende Axt ist das Lapila Bachen. Aha. Du mich auch. Ich überlege halt gerade wegen der Axt, wegen Abholzen. Drakonische Axt. Die braucht Strom. Wachter Kern. Wir fahren Kern. Ja, ja. Da brauchen wir Netherstern für und so einen Schrott. Oh Gott. Oh Gott. Schleimstreit Axt. Kann ich nicht herstellen. Ähm. Gibt es noch weitere Äxte hier? Das sind diese Holzfälle extra von Tickers Construct. Okay. Smaragd Kampf Axt. Toll. Amethyst Axt hat eine Halbbarkeit von 2013. Das ist mehr als eine Diamant Axt hat. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Okay. Gut. Es wird dunkel. Wir sollten uns ein bisschen beeilen bei dem was wir hier tun. Auch nur so ein bisschen. Das andere wird wahrscheinlich so am fluchenden Krall schreien. Oh mein Gott. Er macht das mit Obsidian. Oh. Welch eine Verschwendung. Ja. Ist möglich. Und. Es ist cool. Ich mag es. Ich mag ob sie die hat. Wenn es halbbar ist. Und so. So. Ja. Ich kann nur nachts schlafen. War ja klar. Das man mal endlich hier ne Cobblestone in Massen verbrauchen kann. Wurde auch Zeit. Endlich habe ich für Cobblestone in den Massen eine Verwendung. Endlich. Hat ja auch nur wie lange gedauert. Jahre. So. Ähm. Hier mal ein bisschen Cobblen raus. Weil dann kann ich nämlich jetzt hier mal wieder. Wie heißt es hier. Mossy Stones herstellen. Mit denen ich dann halt wiederum. Die Auto Repair Dinger herstellen kann. Ne. Was muss das muss und so. Und ich kann hier auch nochmal ganz kurz. Ich kann ja schon mal die Wechsel herstellen. Ist jetzt kein Akt. Und dann hier die. Dinger dazu ablegen. Und restliche Obsidian brauche ich jetzt erstmal nicht ne. Hauen wir raus. Hauen wir raus da. Boah. Da kommt jetzt aber schön. Wunderschön. Ganz kurz gucken. Ähm. Einmal den Hammer. Einmal sowas. Nicht dahin, sondern dahin und dahin. Einmal den Hammer. Und einmal sowas. Zack. So. Schaufel. Schaufelkopf. So ein Dingens. So ein Ding. Zack. Läuft. So. Haben wir einmal Obsidian wieder zurück gekriegt. Ich hoffe, dass da jetzt nicht irgendwie ein halber Obsidian Block oder sowas zurück bleibt. Und wenn doch. Ja gut. Dann ist es halt so. Ja doch. Da kommt noch einiges wieder raus. Okay. Das können wir nämlich dann alles erstmal in die Diamantenproduktion stecken. Das wird dort noch zu Genüge gebraucht. Okay. Also ein Obsidian hat immer 144. Sehe ich das richtig? Ne. Gar nicht. Kann gar nicht sein. Ne. Quatsch. Wie viel ist denn überhaupt noch drin? Boah. Noch ein bisschen was. Dann kriegen wir noch den einen oder anderen Block wieder raus. Ja. Aber auch nur der eine oder anderen. Ein halber Block ist übrig geblieben. Haben wir auch nichts mehr zum einschmeißen. Okay. Okay. Ähm. Ja. Wir wollen dann jetzt hier, ne. Weizen habe ich doch noch irgendwo gehabt. Weizen, 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 Weizen. Da. So. Finde ich gut, dass das Ding anhält und nicht einfach weiter sich vollstopft da. So. Zack. 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 Und zack. Und hier nochmal. Also ein Stack. Stein reicht immer für, ja genau, neun Dingers. Finde ich gut. So. Damit können wir jetzt zwei befüttern. Äh, eins befüttern meine ich. Sonst ist das hier inzwischen schon so ein bisschen koppelarm. Interessant. Gefällt mir. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Und dann nochmal eine Rutsche. Da müssen wir uns tatsächlich nochmal ein Stack holen. Damit wir auch das dritte Item mit Auto-Repair befüttern können. Warum Obsidian? Ja, weil wegen, ne, verbratet keine Metalle, keine wichtigen. Und ich denke mal, Obsidian können wir uns auf kurz oder lang und endlichfach herstellen. Das ist keine Verschwendung von Material hier. Ne, ich kann mir das gut vorstellen. Das ist halt dann, keine Ahnung, vielleicht auch das mit dem Lava-Gedöns da machst, ne. Und dann hast du dann ein Rohr, das geht irgendwo einfach immer mal wieder hin, ne. Mach dort ein bisschen Lava-Gedöns, ne. Und dann hast du da ne Pumpe oder sowas, mach Wasser drüber und zack, wumms, hast du Obsidian oder so. Ja. Ob das so geklappt ist, keine Ahnung. Vielleicht geht das auch noch wesentlich simpler. Ich weiß es nicht. Ist halt nur ne Überlegung, ne. So, ich brauch wieder neun Dinger. Oh, und die Musik von Sonic City, geil. Ich hab ja jetzt hier neulich Sonic Mania gespielt. Für euch im Stream. Hat mir mega gut gefallen. Also, mir hat ja auch schon gefallen, als ich die anderen Sonic-Spiele mal wieder gespielt hab. Den einen Stream lang. Und Sonic Mania reiht sich einfach super in die anderen Sonic-Spiele rein. Das freut mein kleines Egerherz. Ist so. Fanboy. Wo ich alles Fanboy bin, ne. Ist furchtbar. Oh, was willst du machen? So. Das ist das. Haben wir den hier. Zack. Kleiner Moos. Und wir denken, dass das auch noch irgendwo irgendwo einfach rumfliegen kann, glaub ich. Oder, dass man es relativ gut aus anderen bekommen kann. Ne, nur aus dem. Okay, ja, dann ist gut. Alles gut. So, dann machen wir uns hier draus mal. Ne. Ne, nicht da. So, hier. Einmal ein Auto Repair Hammer. Ein Auto Repair Schaufel. Und ein Auto Repair Schwert. Passt. So, wenn ich jetzt hier abholzen würde, mach ich ein 3x3 Feld. Das ist krass. Sehr, sehr krass. Und Hammer ist halt dann gut für alles, was Gestein ist und so. Weißt du? Also. Läuft so langsam. So langsam kommen wir voran mit dem, was wir eigentlich so haben wollen mit Tinkers. Ich freu' mir. Ich freu' mir. Ich freu' mir. So, Tinkers Schmiede ist zwar jetzt ein bisschen leer. Aber da kommt noch früh oder spät genug noch irgendwie genug Zeug rein. Wir haben hier noch genug Zeug, das kann noch mal irgendwo anders hin verbuchstellt werden. Immer noch, ne? Dieser traurige Stand von unserem Versuch eines Roboter zu bauen. Ja. Weil mangels gedöns. Wie heißt das? Ich hab den Namen vergessen. Diamanten. Weil mangels Diamanten. Yay. Quer durch den Pilz. So. Okay, Kohle ist dann auch so langsam wie der Ende Gelände. Müsste ich mal nachliefern. Falls wir jetzt schon wieder was haben. Wir müssen eh da hier nur einen Kobbel holen. Deswegen hatte ich jetzt gerade das Inventail auch leer gemacht. So. Ähm, dumm, dumm. So. Was ist das? Haben wir denn hier überhaupt noch irgendwo Kohle? Wahrscheinlich wieder eine Zone, ne? Äh, Stein hier in Massen, ne? Kohle. Ja. Ein bisschen was. Ist jetzt auch nicht so viel. Ne, es ist wirklich nicht so viel. Aber wir müssen echt so ein bisschen aufpassen. Weil so langsam wird hier echt alles voll. Aber deswegen liefere ich ja auch schon immer wieder nach. Hier beim Lavagrüns. Also es ist nicht so, als hätten wir zu wenig Stein. Ja? Also. Nee. Aber wenn wir irgendwas haben, dann Stein. Können wir sogar noch mal ein bisschen was holen. Auch wenn es gerade dunkel wird. Weißt du gar nicht, wie tief die Cryway inzwischen ist. Ob da denn überhaupt noch viel kommen kann, nur so. Warte mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Einer. Und ja, gut, ein halber. Ungefähr so war das, ne? Und Zeug, was wir da noch reinbefinden müssen. Wir müssen nur ganz schnell schlafen gehen. Ja, ja. Jetzt haben wir zwar immer noch keine Axt. Um Holzkohle mal irgendwie nachliefern zu können. Weil das wird ja dann doch irgendwie ein bisschen Mangelware. Aber hey. Wird schon. Irgendwie. So. Ähm. Na gut, ne? Hier. Sag schon. Kann ich auch zur Not aus Steinen ganz klassisch machen. Das ist jetzt nicht so wild. Viel schlimmer ist eigentlich, dass wir kaum Holz haben für Sticks oder sowas. So. Einmal ganz kurz hier den mutigen Sprung in die Tiefe. Huiiii. Geht. Ist jetzt noch nicht so tief. Das heißt, die richtig wertvollen Erze und alles, das ist noch weit hin. Ja, jetzt fängt es halt gerade erst an, dass man vielleicht irgendwie auf Kohle stoßen könnte. Die paar Blöcke, die das jetzt tief ist. So. Ähm. Nehmen wir das da raus. Wir haben daraus hier ein paar Sticks. Schauen wir mal, ob wir hier noch was in der Richtung haben. Sieht hier nicht danach aus. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Der Rest kommt hier mal rein. Ach guck mal, da hatten wir doch auch noch hier irgendwo Äxte oder so, ne? Ne Äxte haben wir ja tatsächlich nicht. Saftladen. Also wirklich. Nicht eine Holzachse. Weißt du? Alles andere. Aber Holzäxte. Boah, ne. Ist ja schon ein leicht Mobbing, ne? Gut. Wir müssen halt jetzt auch nicht so viel, ne? Durch den Wald holzen. Dann haben wir auch schon, keine Ahnung, so viel, dass ich schon nicht mal weiß, wohin damit. Ist ja so. Was ich ganz gut finde. So. Eine Holzachse weg. Noch eine Holzachse weg. Jetzt vermisse ich so ein bisschen mein Magnetschwert wieder, ne? Aber irgendwas ist ja immer. Irgendwas vermisst man immer. Ist so. Eigentlich würde ich halt echt immer noch gerne nach Hause. Um halt dort dann irgendwie richtig loslegen zu können. Oder zumindest, keine Ahnung, andere Welten erforschen und sowas. Irgendwie sowas. Ich weiß auch nicht. Oh, guck mal. Wir haben sogar noch ein bisschen Restachst. Das gibt's ja nicht. Eine Restachst. Das war's mit Restachst. Dann machen wir aber zumindest hier. Ja, euch hier. Dann machen wir hier mal hier. Zack. Haben wir wieder zwei Stack Sticks und die Bretter kommen auch mal irgendwo in der Ersatzkiste, wo wir bestimmt noch was haben. Ne? Ich kenn mich ja. Ich hab bestimmt irgendwo was. Ich bin nur zu faul zum Suchen. Ne? Das wäre ja in Ordnung und so. Das kommt rein, das kommt rein, das kommt rein. Das andere kommt einfach mal ganz kurz hier verbrannt. Damit wir auch ja nicht out of Holzkohle kommen. Sonst hat die Dingens da wieder ein bisschen Probleme. Ne? Muss ja auch nicht sein. So. Wir sind immer noch nicht einen Schritt näher an zu Hause, ne? Nicht ein Schritt. Ja. Von daher was tun, was tun, was tun, was tun. Ich weiß es nicht. Man müsste immer noch irgendwie auf Höhentur gehen. Man müsste. Ach ja, das war ja diese Baumwolle. Das stimmt. Ja, da war ja was. Ah, das habe ich ja ganz vergessen. Dass wir Baumwolle haben. Und Kakteen sprießen. Muss man eigentlich auch wieder abernten. Müsste. Aber machen wir nicht jetzt. Machen wir ein andermal. Ne? Weil jetzt gehe ich erstmal in Aufnahmepause nach dieser Aufnahmesession, die mit viel Stress verbunden war und alles. Und hast du nicht gesehen. Ja. Gucken wir uns an, was wir in der nächsten Folge machen. Ich habe keine Ahnung. Schauen wir mal. Bis denne. Los von wegen. Nochmal. Ja.